Musik Wir waren heute bei der Allianz und haben da ganz viele Vorträge von ganz verschiedenen Abteilungen bekommen, die jeweils viel mit Marktforschung am Hut haben. Und genau, dann haben wir das Ganze noch mit einem Schönmittagessen abgerundet und sind dann weiter zum nächsten Unternehmen. Also wir waren heute bei Canter, das war ein sowohl quantitatives als auch qualitatives Marktforschungsinstitut und da durften wir heute ein paar Eindrücke sammeln. Genau, und danach waren wir noch bei Vivaldi, das ist ein Unternehmensberater. Der viel mit Marktforschung arbeitet, wo wir dann nochmal ganz viele Eindrücke sammeln konnten, was man noch so mit Marktforschung machen kann. Musik 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 Musik